Du startest Mindtest, indem du auf den Ordner Mindtest-Paket gehst und dann auf Mindtest-Paket starten klickst. Wenn du dann die Meldung, der Computer wurde durch Windows geschützt, bekommst, klicke auf Weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen. Jetzt gibst du in das schwarze Fenster deinen Spielernamen, mit dem du dich angemeldet hast, an und drückst auf Enter. Nun starten die beiden Programme Mindtest und Mumble. Über Mumble können wir uns später während dem Spiel unterhalten. Nun gibst du in diesem Feld deinen Spielernamen und das Passwort an, mit dem du dich angemeldet hast. Jetzt klickst du auf Verbinden und dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß mit Mindtest!